Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj schafft und genau zu bin ich ich bin auf dem zettel kann losgehen aber es ist mir egal und zwar müssten wir irgendwo hinfliegen wo ihr insgesamt 25 stand xp bekommt oder 20.000 xp und ich bin halt auch deshalb aber ja trotzdem war ich hatte es auf dem anderen Account der ich es mal gemacht ein bisschen kann ich es euch auf meinem haupt-account nicht zeigte mann gleich und auch da falls weil sie nur das hat es ich möchte sehr freuen und bis in der Sankt wenn man sich in die Bühne durch das markiert haben genau hier an dieser Stelle ich hoffe, da kommt kein Bot mit oder so. Das sieht gut aus, dass hier niemand mitkommt. Ich hoffe, dass das hier auf diesem Account auch schon drauf ist. Ja! Ich seh's hier auch schon von oben. Und soll genau da. Hier oben war ja auch mal dieses Ofo, was man suchen musste. Aber das ist mittlerweile wieder weg. Und zwar müssen wir hier auch ein bisschen warten. Wir müssen unter, was der auftritt. Oben seht ihr, da oben habt ihr es gesehen, wie oben habt ihr es gesehen, dieses Event, wie viel XP man bekommt. 30.000 TP. Auf dem anderen Account habe ich euch gezeigt, dass genau hier am Stein genau, glaube ich, da an der Stelle ein Plakat ist. Und da würde ich sagen, war's ja schon mit dem Video für heute. Lasst ihr gerne ein Like und Abo da. Und dann würde ich sagen, tschau tschüss und bis zum nächsten Mal. und dann ist es gut. Tschau tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschau!